Musik Guten Tag, meine Damen und Herren! Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich werde heute einmal eine etwas eigenartige Predigt geben, wenn man das so sagen will. Und zwar möchte ich heute mit Ihnen etwas teilen, was ich bislang nur sehr wenigen mitgeteilt habe. Es geht mir darum, Ihnen zu zeigen, wie ich mich damals gefühlt habe, was für Gedanken ich zu Papier gebracht habe in Gedichtform. Warum? Als wir uns in einer Situation befanden, damals in der Kirche Gottes, der sogenannten Worldwide Church of God, als Herr Herbert Armstrong starb, der ehemalige menschliche Leiter der Kirche, und als dann eine neue Regierung an die Macht kam. Eine Regierung, die begann, mehr und mehr die Lehren, die wir verstanden hatten, anhand der Bibel uns bewiesen hatten, abzuschaffen und durch andere Lehren zu ersetzen. Natürlich war es Teil eines prophezeiten Abfalls. Und bevor ich auf die Gedichte eingehe, die ich damals so für mich auch geschrieben habe, um meine eigenen Gefühle zu Papier zu bringen, möchte ich kurz auf das eingehen, was uns die Bibel sagt über den Abfall von der Wahrheit. Und zunächst einmal schauen wir uns an, was bereits in den Tagen des Apostel Paulus geschah. In Galater, Kapitel 1, angefangen in Vers 6. Da sagt Paulus nämlich, mich wundert, dass ihr euch sobald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium. Vers 7, obwohl es doch gar kein anderes gibt. Aber es gibt nur einige, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Und das ist genau damals zu den Zeiten des Paulus geschehen. Und das ist auch zu den Zeiten geschehen, nachdem man Armstrong starb. Und wie ich Ihnen zeigen werde, anhand der Bibel wird es auch wieder geschehen, noch kurz vor der Wiederkunft Christi. In Apostelgeschichte 20 wird ebenfalls davor gewarnt, dass ein Abfall schon in den Zeiten des Paulus erfolgen würde. Ein Abfall von der Wahrheit. Apostelgeschichte 20, angefangen in Vers 25. Und nun siehe, sagt Paulus, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, zu denen ich hingekommen bin und das Reich gepredigt habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tage, dass ich rein bin vom Blut aller. Denn ich habe nichts unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkünden. Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen oder Ältesten, zu weiden, zu führen, zu leiten, die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Und auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrtes reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Und darum seid wachsam und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Also es würden reißende Wölfe von außen kommen, aber auch von innen. Auch von innen. In Judas wird ebenfalls der Abfall angesprochen, aber nicht nur im Hinblick auf die Vergangenheit, nicht nur im Hinblick auf das, was zu Zeiten von Judas geschah. Judas, Vers 3. Ihr Lieben, da es mich drängt, euch zu schreiben von unser aller Heil, halte ich es für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für allemal den Heiligen anvertraut ist. Denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Gottlose sind sie, verkehren die Gnade unseres Gottes ins Gegenteil, in Ausschweifung und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herren, Jesus Christus. Fahren wir fort in Vers 8. Ebenso sind auch diese Träumer, die ihr Fleisch beflecken, jede Herrschaft verachten und himmlische Mächte lästern. Vers 10. Diese aber lästern, was sie nicht kennen, was sie aber von Natur aus verstehen, wie die unvernünftigen Tiere oder nicht kennen, wie die unvernünftigen Tiere, daran gehen sie zugrunde. Und dann in Vers 12. Sie sind Schandflecken bei euren Liebesmalen, prassen mit euch ohne Scheu, sie weiden sich selbst, sie sind Wolken ohne Wasser, vom Wind umhergetrieben, kahle, unfruchtbare Bäume, zweimal abgestorben und entwurzelt, wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, umherirrende Sterne, für die die dunkelste Finsternis aufbewahrt ist. In Ewigkeit. Vers 16. Diese murren und hadern mit ihrem Geschick, sie leben nach ihren Begierden, ihr Mund redet stolze Worte und um ihres Nutzens willen schmeicheln sie den Leuten. Vers 18. Sie sagen, zu der letzten Zeit werden Spötter sein, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Das waren die Propheten, die das gesagt haben. Zu der letzten Zeit wird das geschehen. Diese sind es die Spaltung in der Vorrufen, irdisch Gesinnte, die den Geist nicht haben. Ganz klar, Prophezeiungen auch für die Zukunft, auch für uns heute, für die Endzeit, die letzte Zeit. Und das Gleiche findet sich in 2. Petrus. In 2. Petrus lesen wir schnell Kapitel 2 und angefangen in Vers 1. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk. Wir auch unter euch seien werden, falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie losgekauft hat. Und die werden über sich selbst herbeiführen, ein schnelles Verderben und viele werden ihnen folgen, in ihren Ausschweifungen. Vers 9. Der Herr weiß die Frommen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichtes, um sie zu strafen. Und dann heißt es, dass dies in den letzten Tagen geschehen wird. Kapitel 3, Vers 3. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Sport treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens. Durch diesen falschen Irrtum, der verkündigt wird, heißt es in Vers 17, ihr aber, meine Lieben, weil ihr das im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute mitgerissen werdet und euren festen Halt verliert. Immer und immer wieder wird dies betont. Das sind Warnungen für die Endzeit. Und ein Abfall von der Wahrheit wird noch kommen, kurz vor der Wiederkunft Christi. In 2. Thessaloniker, Kapitel 2, lesen wir das deutlich. 2. Thessaloniker, Kapitel 2, die Verse 3 und 4. Lasst euch von niemandem verführen, in keiner Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch des Frevels vom Bad werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, sodass er sich in einem Tempel Gottes selbst vorgibt, er sei Gott. Und dann heißt es in Vers 9, dass diese Person kommen wird durch das Wirken des Satans mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Führung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, denn sie haben die Liebe der Wahrheit nicht angenommen. Das sind Warnungen, die an uns heute gerichtet sind. Was wir damals in der World Wide Church of God erlebt haben, nach dem Tode von Herrn Armstrong, war ein Vorläufer. Ein Vorläufer von einem Abfall, der in seiner großen Tragweite noch kommen wird. In Daniel Kapitel 11 wird auch etwas hierzu gesagt. Daniel Kapitel 11 und in Vers 31 Seine Heere werden kommen und Heiligtum und Burg in Wein und das tägliche Opfer abschaffen. Ja, die Juden werden wieder Opfer erbringen in Jerusalem und dann werden diese Opfer abgeschafft werden durch den zukünftigen König des Nordens, dem Tier. Und das Gräuelbild der Verwüstung wird er aufstellen. Und er wird mit Ränken alle zum Abfall bringen, die den Bund übertreten. Aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, werden stark sein und danach handeln. Vers 35 Und einige von den Verständigen werden sogar fallen, damit sie bewährt, rein und lauter werden für die Zeit des Endes, denn es dauert noch bis zur bestimmten Zeit. Matthäus 24 warnt uns vor dem noch zukünftigen Abfall. Matthäus 24 angefangen in Vers 10. Dann werden viele zu Fall kommen oder wie auch übersetzt werden kann, wie die Lutherbibel 84 es sagt, da werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen und es werden sich falsche Propheten erheben und werden viele verführen und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Die Liebe, von der hier die Rede ist, ist die Liebe Gottes. Die wird in vielen erkalten. Ein Abfall findet statt. Ich möchte zurückgehen zu der Zeit, nachdem Herr Armstrong starb, als eine neue Regierung an die Macht kam. und ich möchte Ihnen erzählen heute, vielfach auch in Gedichtform, wie das alles zustande kam. Es gab einen griechischen Professor in Anführungszeichen, man hatte gemeint, er sei irgendwo ein Professor der Theologie, war er aber gar nicht, war ein Professor der Musik und er hatte auch so die griechische Sprache gar nicht so beherrscht, wie er immer so von sich gab, er ist in einer Gegend aufgewachsen, die eigentlich kein so klassisches griechische Sprache und schon mal gar nicht das Griechisch, was im Neuen Testament verwendet wurde und er kam daher und erklärte uns etwas über die Natur Gottes. Nun, wie wir das später klar herausgefunden haben, hat er nichts weiter uns gesagt, damals als das, was die griechisch-orthodoxe Kirche immer schon gelehrt hat, nämlich, dass es eine Gottpersönlichkeit gibt, die aber in drei Hypostasen auftritt, in drei Funktionen, eine Person, aber in drei Funktionen, und zwar Vater und Sohn und heidiger Geist. Aber das war nur dessen, ein Vorläufer dessen, was eigentlich damit erreicht werden sollte, denn letztendlich wollte man die Dreieinigkeitslehre der römisch-katholischen Kirche annehmen, eine Person in drei Personen. Also diese drei Hypostasen, diese drei Funktionen wurden auf einmal dann drei Personen. Ein noch größeres Unding, logisch überhaupt gar nicht zu erfassen. Aber das ist das, was gelehrt wurde auf einmal. Die Dreieinigkeitslehre. Zunächst einmal der griechischen Philosophie und Ideologie und dann der römisch-katholischen. Und die protestantischen Kirchen, die haben natürlich alle diese Dreieinigkeitslehre der katholischen Kirche übernommen. Die Frage war natürlich dann, ja, was ist dann mit Jesus Christus? Wenn Gott immer nur Vater, Sohn und Heiliger Geist sein kann, wie das behauptet wurde und wird in dem sogenannten orthodoxen Christentum, egal ob man das jetzt als drei Hypostasen ansehen will oder als drei Personen, was war dann mit Christus? Und dann hieß es ja, der Sohn war nach wie vor im Himmel. Und Christus war nur so die menschliche Schablone, das menschliche Gegenbild. Und, naja, dann dieses menschliche Gegenbild, das starb, aber der Sohn hat nach wie vor weiter im Himmel gelebt. Denn Gott kann ja nur Vater, Sohn und Heiliger Geist sein. Das war damals so die Lehre. Ist sie auch heute noch im sogenannten orthodoxen Christentum. Das Problem ist nur, dass das die Bibel in keinster Weise lehrt. Die Bibel lehrt uns, dass Gott zunächst einmal aus zwei Personen besteht, dass Gott eine Familie ist, die aus zwei Personen besteht, dem Vater und dem Sohn. Nirgendwo wird gelehrt, dass der Heilige Geist eine Person sei. Der Heilige Geist ist die Kraft, die sowohl von dem Vater als auch von dem Sohn ausgeht. In 2. Johannes und in Vers 9 finden wir eine Definition von Gott, wenn man so will. 2. Johannes 9 Kapitel 1 und Vers 9, 2. Johannes hat hier nur ein Kapitel, da heißt es, wer darüber hinausgeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht. Gott. Wer in der Lehre bleibt, der hat beide, den Vater und den Sohn. Also Gott besteht aus dem Vater und dem Sohn. Vom Heiligen Geist wird nichts gesagt. Aber ist es richtig, dass der Sohn nach wie vor im Himmel war, als Jesus Christus hier auf Erden war und dann starb? Und was ist dann mit der Auferstehung von Jesus Christus? Wurde er auf einmal dann wieder Teil der Dreieinigkeit auf irgendwelche nebulöse Weise? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wer hat überhaupt Jesus Christus auferweckt? Nun, die Theologen sagen uns ja, es war Gott, also Vater, Sohn, Heiliger Geist. Die haben Jesus Christus auferweckt. Römer 1 und Vers 1 sagt uns aber ganz etwas anderes. Römer 1 und Vers 1. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat, durch seine Propheten in der Heiligen Schrift von seinem Sohn, der geboren ist aus dem Geschlecht David, nach dem Fleisch, der eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist, der da heiligt, durch die Auferstehung von den Toten. Wer ist das jetzt? Jesus Christus, unserem Herrn. Wer hat Jesus Christus, den Sohn Gottes, der gestorben ist, auferweckt von den Toten? Gott, der Vater. Und immer und immer wieder werden sie das lesen in der Bibel, 2. Korinther, Kapitel 1, 2. Korinther, Kapitel 1 und Vers 19 zum Beispiel. 2. Korinther 1 und Vers 19. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch, durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvinus und so weiter, der wäre nicht Ja und Nein, sondern das Ja war in ihm. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Es war Jesus Christus, der als Sohn Gottes starb, drei Tage, drei Nächte im Grab war, tot im Grab war, wieder auferweckt wurde von den Toten, von Gott dem Vater. Vater, die Idee, dass Gott aus drei einigen Personen bestehen soll, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ist Unfug, ist eine heidnische Lehre, die von Platon und Aristoteles stammt, die dann die frühen Kirchenväter übernommen haben. Zunächst einmal die griechische Idee von den drei Hypostasen und dann die römisch-katholische Idee hat sich dann entwickelt. Aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. Und damit verknüpft war auch die Idee, der Mensch kann niemals zu einem Gottwesen werden, denn Gott ist eine geschlossene Dreieinigkeit. Die Idee, dass sich Gott erweitern würde durch den Menschen, wurde total abgelehnt. Nun, Johannes Kapitel 10 sagt uns ganz etwas anderes. Johannes Kapitel 10 sagt uns, was das Potenzial des Menschen ist, immer schon gewesen ist. Wenn sich der Mensch bewährt, Johannes 10, die Verse 34 bis 36. Jesus antwortete ihnen, steht nicht geschrieben eurem Gesetz, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Ihr seid potenzielle Mitglieder der Gottfamilie, die zur Zeit aus dem Vater und dem Sohn besteht. Das sind zwei Personen. Gott ist eine Familie. Wenn jene Götter genannt werden, zu denen das Wort Gottes geschah und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden, da kann man nichts irgendwie von wegnehmen. Das muss so akzeptiert werden, wie es geschrieben steht. Wie sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst Gott, weil ich sage, ich bin Gottes Sohn. Wer ist Gottes Sohn? Jesus Christus ist Gottes Sohn. Nicht, dass er hier ein menschliches, nebulöses Gebilde war und Sohn, der Sohn war nach wie vor als Teil von Gottes Dreieinigkeit im Himmel. Davon wird in keinster Weise irgendetwas gesagt. Und da wurde uns auch gelehrt, dass Gott keine Gestalt habe, keine Form. Das ist so wie eine New Age Movement Idee. Der ist überall. Und Schriftstellen, die uns gerade das Gegenteil beweisen, das können Sie sich nachher anschauen, wie 4. Mose 12 und Vers 8 und 2. Mose 24, die Verse 9 bis 11, die sagen uns deutlich, dass Gott Gestalt hat. Letztendlich ist der Mensch nach dem Ebenbild Gottes erschaffen worden. Die musste man irgendwo ablehnen, das war alles so nur figurativ zu sehen. Und dann wurde uns gesagt, Gott bewegt sich nicht, der kann nicht irgendwie sich von einem Ort zu einem anderen bewegen, denn der ist hier überall. Und das Gleiche gilt für Engel. Und Sie können sich das auch nachher durchlesen, es gibt ja, ich weiß nicht wie viele Stellen, die genau das Gegenteil klar und deutlich sagen. Gott kam auf die Erde, als damals der Turmbau zu Babel errichtet wurde. Er kam vom Himmel auf die Erde, um zu sehen, was sich da abspielte. 1. Mose 11, die Verse 5 bis 7. Er kam auf die Erde, um die Menschen von Sodom und Gomorra zu prüfen. 1. Mose 18, die Verse 21 und dann bis 33. Jesus, als er gen Himmel fuhr, fuhr er gen Himmel in Apostelgeschichte, Kapitel 1, die Verse 9 bis 11. Jesus Christus wurde ja wieder zu einem verherrlichten Gottwesen. Er war ja ein Gottwesen, bevor er Mensch wurde. Er bewegte sich von der Erde weg zum Himmel. Und das heißt auch, er wird so wiederkommen, wie man ihn hat gen Himmel fahren sehen, auf Wolken. Matthäus 24, die Verse 30 bis 31. Und dann gibt es viele Stellen, die uns auch klar sagen, dass sich Engel bewegen, von einem Ort zu einem anderen sich hinbewegen. Das können Sie sich nachlesen in Daniel, Kapitel 10, angefangen in Vers 12, wo ein Engelwesen, Gabriel, kam, um Daniel etwas mitzuteilen und wurde von einem Dämon gehindert und er musste dann mit diesem Dämon kämpfen und dann kam Micha, ein anderer hoher Engel und hat dann diesen Kampf weitergeführt und Gabriel kam dann zu Daniel und musste dann zurück, um dann weiter gegen diesen Dämon zu kämpfen und dann gegen einen weiteren Dämon. Und Christus sagt auch zu dem Philippus, dass er die Engel Gottes auf- und niederfahren sehen würde auf Jesus Christus. Matthäus, Kapitel 4 und Vers 11. All diese Dinge werden klar und deutlich in der Bibel beschrieben. Aber alles dies sollte abgeschafft sein damals, denn man wollte durch diesen griechischen Experten uns ja weismachen, dass das alles gar nicht so ist. Man wollte Teil des orthodoxen Christentums werden. Herr de Katsch, der ja damals Herrn Armstrong abgelöst hat, nachdem er gestorben war, der hat das deutlich gesagt. Er will nicht, dass wir als ein Kult angesehen werden. Von daher musste man zunächst einmal die Dreieinigkeitslehre annehmen. Denn wenn man heute nicht an die Dreieinigkeit glaubt, entweder die griechische oder besser noch die römisch-katholische Idee, dann ist man gleich eine Sekte, dann ist man gleich ein Kult, dann gehört man nicht zum orthodoxen Christentum. Und es wurde uns so mehr und mehr verklickert. Und viele, ach wie viele, waren schnell bereit, das anzunehmen. Nun, ich habe damals Gedichte verfasst und möchte die Ihnen heute einmal zu Gehör bringen. Und zunächst geht es mir hier um diese Idee von dem Griechen und die Idee wie und was Gott war und ist und wie das so gelehrt wird. Das war ein Gedicht vom Januar 1994, Klagetrost und Ermahnung. Wie ist die Wahrheit uns entglitten, erloschen wie der Glanz des Lichts. Warum nur haben wir es gelitten, dass sie versank ins tiefste nichts. Und aus dem Abgrund der Gedanken entsteigt der Trug, den wir verkennen. Wir sind vergessen alle Schranken, die Wahrheit von der Lüge trennen. Das klingt ja alles so gelehrig, das kitzelt unsere Eitelkeit. Wie leicht sind wir der Lüge hörig, wenn sie erscheint im schmucken Kleid. Zwar können wir es nicht verstehen, denn zu begrenzt ist der Verstand, doch ist's genug durch ihn zu sehen, der für uns die Erkenntnis fand. Er kennt die Sprache, kennt die Regeln, weiß, wie die Alten einst gedacht, so wollen wir die Welt umsegeln mit ihm, bis in die finstere Nacht. Doch gleich das Ganze einer Mauer, die er errichtet, Stein für Stein, besehen wir sie uns genauer, dann passt gar manches nicht hinein. Und fällt der Grundstein, fällt die Mauer, denn alles war auf ihm erbaut. So ist auch Logik nicht von Dauer, die nur auf Intellekt vertraut. Drum lasst uns nicht den Mut verlieren, die Wahrheit wird erneut erscheinen, dann wird ein anderer dirigieren, lasst uns die Hoffnung nicht verneinen. Und am nächsten Tag, dem 7. Januar 1994, habe ich dann Folgendes geschrieben, ein Loblied den Experten. Seit frühester Kindheit haben wir es vernommen und bis ins Greisenalter haben wir es gehört, dass niemand je voll Zweifel umgekommen, der auf die Weisheit der Experten schwört. Expertenfreitlich gibt es ja immer viele. So viele scheinbar wie den Sand am Meer. Ein paar von ihnen treiben eitle Spiele, doch sie herauszufinden ist nicht schwer. Drum lasst uns blicken zu den Professoren der Philo, Theo und Soziologie, zu denen, die vom Schicksal aus erkoren, denn ohne sie verstünden wir es nie. Lasst uns einmal Theologie betrachten und kühn verstehen die göttliche Natur. Egal wie viele Nächte wir durchwachten, am Ende zeigt das Studium uns nur, dass wir die Wahrheit nicht ergründen werden, allein auf uns Gott und sein Wort gestellt, doch fasset Mut, zum Glück gibt es auf Erden den, die die Antwort in den Händen hält. Es ist, freut euch, die Schar der Theologen, die uns aus vollstem ganzen Herzen gibt. Sie ist bis hin zu Gottes Thron geflogen und sagt uns nun, dass es den Thron nicht gibt. Sie lehrt uns Dinge, die so wunderbar und dass so vieles nur symbolisch ist. Und ist dir manches immer noch nicht klar? Glücklich bist du, wenn du geduldig bist. So lasst uns Dank den Theologen sagen, der Schar der gottbegnadeten Experten. Ganz unverständlich wäre ja zu fragen, ob Gottes Worte ihren Rat erhärten. Nur dumme, blinde, ungelehrte Leute stellen die Frage, ist die Lehre richtig? Sie finden sich zerrissen von der Meute, für die die Wahrheit gar nicht mehr so wichtig. Denn das war auch etwas, was uns damals gesagt wurde. Die frühen Apostel, die konnten das gar nicht begreifen, was uns dieser Grieche da mitgeteilt hatte, aufgrund seiner Ideen, die er aus dem Griechentum dann übernahm. Die hatten die Kapazität nicht, diese geistliche Kapazität, das zu verstehen, was uns dann erklärt wurde. Im Februar, Februar 25, 1994, habe ich dann ein weiteres Gedicht verfasst, ein Lied für bessere Zeiten. Für heute sind die Strophen nicht geschrieben, doch zeugen sie von dem, was heute geschieht. Sie wollen heute schon die Wahrheit lieben und müssen warten, bis man Wahrheit sieht. Ihr lernt heut leeren alter Kirchenväter und werdet in der Wahrheit zum Verräter. Ihr lehrt, was ihr doch selber nicht begreift. Wie ist der Baum der Lüge schnell gereift. Ihr sucht Gott mit dem Menschengeist zu fassen. Seid ihr von allem guten Geist verlassen? Wir sehen die Weisen zu den Griechen laufen. Es ist, um sich die Haare auszuraufen. Wir hören von Gott und den drei Hypostasen. Erstaunlich, wie der Wahnsinn Blüten treibt. Wir hören uralte, abgedroschene Phrasen und wundern uns, seid ihr denn noch gescheit? Gott hat, so sagt ihr, keinerlei Gestalt, ist gleichwohl eins und doch auch wieder drei. Und wenn die Frage in uns wider halt, ist Gott nicht Sohn und Vater, also zwei? Dann ist Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist immer das und kann nicht anders sein. Ihr gleicht dem Hund, der in den Schwanz sich beißt. Denn war nicht Jesus Christus Gottes Sohn, der für uns starb und tot im Grabe war? Bracht er sich nicht als Warum habt die Erkenntnis ihr vertrieben? Merkt ihr denn nicht, dass ihr euch da erschafft? So gleich dies Lied dem Märchen von dem Schlaf, in den Dornröschen lange Zeit verfiel, bis ganz am Ende jener Prinz es traf und schnell beendete das böse Spiel. Und dann noch ein weiteres Gedicht am 25. August 1994 geschrieben, Endlich! Wie müssen wir uns glücklich preisen und unsere Freude jubiliert? Denn endlich nennt man uns die Weisen, bei denen Wahrheit triumphiert. Wir müssen die Geduld bewahren, mit der Gott seine Kirche lenkt, denn erst nach tausenden von Jahren hat er Erkenntnis ihr geschenkt. Endlich fand Gott den Mann der Stunde, durch den er sich uns offenbart. Er spricht zu uns, mein Volk gesunde zu langem Irrtum, ihr verharrt. Aus Zyperns lieblichen Gefilden entstieg der Grieche uns zur Ehre und aus altmythischen Gebilden knüpft er für uns die wahre Lehre. Johannes, Petrus, sie verstanden die wahre Lehre leider nicht. Bei ihnen konnte Gott nicht landen. Doch jetzt gibt er den zu begreifen. Und was wir in der Bibel lesen, das muss neu verändert in uns reifen. So lasst die Dankbarkeit regieren für den, den Gott für uns erkoren. Mit ihm können wir nicht verlieren, doch ohne ihn sind wir verloren. Er hat die Freiheit uns verheißen von falscher Lehre trüben Trott. Doch will die Frage mich zerreißen, gilt sein Gebet dem rechten Gott? Und das schrieb ich anlässlich einer Prediger Konferenz damals, wo das alles so uns mitgeteilt wurde. Nun, es sollte allerdings noch viel schlimmer kommen. Jetzt hatte man zunächst einmal die Lehre von der Dreieinigkeit einführen wollen in Gottes Kirche und viele, leider viel zu viele, haben dies auch akzeptiert, indem, dass sie es aufgenommen haben, ohne es natürlich zu begreifen, zu verstehen. Es geht ja auch gar nicht, das kann man ja gar nicht verstehen. Das ist ja totaler Unfug, aber man wollte es halt verstehen, denn man wollte ja unbedingt, sagen wir einmal, weiter in dieser Kirche bleiben. Nun, für mich war die Sache schwierig, denn ich merkte schon, das geht in die falsche Richtung offensichtlich, aber wo sich hinwenden, wohin sich begeben? Welche Organisation würde sich bilden, die die wahre Lehre weiter verkünden würde? Und das war gar nicht so klar im Anfang. Und dann wurde etwas weiteres eingeführt, nämlich die Idee, dass man nicht mehr die Gesetze Gottes zu halten brauchte. Wir waren bereits jetzt schon im Reich Gottes in diesem Sinne, wir waren bereits jetzt schon wiedergeboren, das Heil war uns bereits gegeben, man konnte tun, was man wollte, das Heil würde nicht mehr von uns genommen werden. Nun, wie sieht es aus mit den Gesetzen? Es ist ja auch ein Teil der sogenannten orthodoxen christlichen Lehre, dass Christus kam, um das Gesetz abzuschaffen, dieses alte, sermentliche Gesetz, der Zehn Gebote, der Rechtsvorschriften, der Satzungen, das war ja nicht mehr gültig, ist ja nicht mehr gültig. Der Sabbat wurde zum Beispiel abgeschafft und durch den Sonntag ergänzt oder ersetzt. Nun, die katholische Kirche, ehrlich genug zu sagen, das tun wir aufgrund unserer eigenen Machtvollkommenheit, die Bibel lehrt das nicht. Die protestantische Kirche, die wollte unbedingt irgendwie aus der Bibel etwas heraus filtrieren, denn die wollten auch den Sonntag weiter beibehalten und da kamen sie mit den merkwürdigsten Argumenten daher, warum jetzt auf einmal zum Beispiel der Sonntag gültig sei und nicht mehr der Sabbat. Aber Martin Luther hat das klar erkannt, dass das alles Blödsinn war und er sagte auch, nein, also die Waldenser, die damals den Sabbat verkündeten, die haben die besseren Argumente, aber dann sagte er, aber um einen unnötigen Aufruhr in der Gemeinde, im Volk zu verhindern, soll es bei der Beibehaltung des Sonntags bleiben. Calvin hat einmal das Weihnachtsfest nicht gehalten und das Osterfest nicht, weil er klar erkannte, dass das alles heidnisch war, aber dann hat er auch wiederum dem zugestimmt, dass man eben, weil man diesen Aufruhr nicht vermeiden wollte, weiterhin diese Feste halten könnte. Was sagt uns Christus? Matthäus Kapitel 5, Matthäus Kapitel 5, angefangen Vers 17, Matthäus 5 und Vers 17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschehe. Und wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der kleinste heißen im Himmelreich, wer aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Und dann in Matthäus Kapitel 7 und angefangen in Vers 21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen, jeden Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Geweiß sagt, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan. Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weichet von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Hört sich nicht so an, als ob es abgeschafft wäre. Matthäus Kapitel 15. Matthäus 15, Vers 3. Er antwortet und sprach zu ihnen, warum übertretet denn ihr Gottes Gebot um eurer Überlieferungen willen? Denn Gott hat gesagt, jetzt werden zehn Gebote zitiert, du sollst Vater und Mutter ehren, und wer Vater oder Mutter schmält, soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt, wer zu Vater oder Mutter sagt, eine Opfergabe soll sein, was dir von mir zusteht, der braucht seinem Vater nicht zu ehren, damit habt ihr Gottes Wort aufgehoben, um eurer Überlieferung willen. Und in Matthäus sagt Christus, vergeblich dient ihr mir, betet ihr mich an, weil nichts lehrt als menschliche Gebote und damit nimmt ihr dann das Wort Gottes weg, wenn sie das gesamte Kapitel Markus 7 durchlesen. Aber hier Matthäus Kapitel 19, angefangen in Vers 16. Und sicher einer trat zu ihm und sprach, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Und er sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur der eine, willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Der fragt jetzt ja, welche? Hier erklärt es Christus, was zitiert er hier? Teile der zehn Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, Ehre Vater und Mutter wiederum, und du sollst deinen Nächsten lieben, deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Lieben wir Jesus Christus oder lieben wir ihn nicht? Woran misst sich dies? Woran kann man das erkennen? Johannes Kapitel 14, Johannes 14, und lesen wir einmal Vers 15. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Vers 21. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Römer Kapitel 3. Es gibt so viele Stellen, die klar und deutlich beweisen, wie trügerisch falsch die Lehre des orthodoxen Christentums ist, wie trügerisch falsch die damalige Lehre dann der sogenannten Worldwide Church of God war, nachdem Herr Armstrong gestorben war, wo das alles dann geändert wurde. Römer Kapitel 3 und Vers 31. Wie heben wir das Gesetz auf durch den Glauben des Erfernes, sondern wir richten das Gesetz auf. Römer 7, Vers 12. Römer 7, Vers 12. So ist also das Gesetz heilig. Und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Römer Kapitel 8, Vers 7. Fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch sich dem Gesetz Gottes nicht unterwirft. Denn es vermag es auch nicht. Und die Lutherbieter 84 sagt, weil es dem Gesetz Gottes nicht untertan ist. Und dann noch Römer 13 und Vers 10. Römer 13 und Vers 10. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Nicht Abschaffung, Erfüllung. Man erfüllt das Gesetz, indem man liebt. Man liebt Gott und man liebt den Nächsten. Die ersten vier Gebote zeigen uns, wie man Gott liebt. Die letzten sechs, wie man den Nächsten liebt. Ersten Korinther, Kapitel 7, Vers 19. Ersten Korinther 7 und Vers 19. Die Beschneidung ist nichts. Und die Unbeschneidenheit ist nichts. Sondern Gottes Gebote halten. Epheser, Kapitel 6. Die Verse 1 bis 3. Epheser 6 und Vers 1. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, dann hast du es recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Wiederum. Das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das dir es wohlgehe und du lange lebest auf Erden. Hört sich nicht so an, als ob Paulus dieses Gesetz abgeschafft hätte oder gemeint, es sei abgeschafft. Nun, wie sieht es damit aus, wenn man eins der zehn Gebote übertritt? Kann man das? Sind nur noch einige der zehn Gebote gültig, und andere nicht mehr, wie zum Beispiel der Sabbat. Darum geht es eigentlich immer, den Gelehrten. Jakobus, Kapitel 1 und Vers 25. Wer aber sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt, ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter. Der wird selig sein in seinem Tun. Ein Täter. Die Elberfelder Bibel ergänzt hier ein Täter des Werkes. Darum geht es hier. Kapitel 2, angefangen in Vers 10. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brechst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Wie viel deutlicher kann das noch gesagt werden? 1. Johannes, Kapitel 2. 1. Johannes, Kapitel 2, angefangen in Vers 3. 1. Johannes 2 und Vers 3. Und daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und erhält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, in dem ist die Wahrheit nicht. Und dann noch in Kapitel 5, 1. Johannes 5, und die Verse 2 bis 3. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott. Man kann auch übersetzen, sollte übersetzt haben hier, das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Und dann noch 2. Johannes, und Vers 6. Und das ist die Liebe, dass wir wandeln nach seinen Geboten. Und das ist das Gebot, wie ihr es gehört habt von Anfang an, dass ihr darin wandelt. Nun, uns wurde damals dann gelehrt, mehr und mehr, die Gesetze seien abgeschafft. Und ich werde hier jetzt noch weitere Gedichte von mir Ihnen zu Gehör bringen. Wie ich sagte, ich habe damals einigen schon diese Gedichte gezeigt, aber nicht jetzt der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Bis jetzt wird das heute aber mal tun. Und zwar aus dem Grunde, dass wir erkennen, wie es damals gelaufen ist, als damals der Armstrong starb. Nach einigen Jahren kamen die Änderungen. Nicht sofort, nach einigen Jahren. Aber ein Abfall ist noch weiterhin prophezeit. Und wie damals Satan es bewirkt hat, natürlich hat Gott es zugelassen, dass ein Abfall von der Wahrheit damals erfolgen würde. Zu den Zeiten von Paulus und den frühen Aposteln, zu den Zeiten, nachdem Herr de Katsch an die Macht kam und wie es jetzt auch kommen wird in der Zukunft. Alles dies sollte man bedenken. Denn so wird es wieder geschehen. Wir sollen den Anfängen wehren. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht falschen Ideen zugänglich machen. Dass wir diesen Irrlehrern glauben, die kommen mögen, die Falsches verkünden mögen. Das hört sich vielleicht ganz gut an. Und dann ist man Teil des Abfalls geworden. Ein Gedicht vom 20. Januar 1995. Am Ende wird der Herr dir lohnen. Man soll es nicht für möglich halten. Es ist, als ob der Irrsinn lebt. Als ob, wie einst Berauschte, lalten und selbst der Auserwählte bebt. Bedenkt den Frost und die Vereisung vor Sturm und Schnee sieht man nichts mehr. Doch gibt's auch geistliche Entgleisung. Bei beiden wiegt das Unheil schwer. Die Trunkenheit sitzt vorn am Steuer und rast auf spiegelglatter Bahn. Sie spielt mit glühend heißem Feuer in ungeahntem Größenwahn. Und schließlich kommt die Katastrophe, wenn man auch denkt, kein Unglück naht. Erinnert euch an diese Strophe. Sturm folgt dem Wind und Fluch der Saat. Drum sitze nicht mit dem im Wagen, der trunken in den Abgrund rast. Sie mögen deinen Tod beklagen, nachdem zuvor sie dich vergaßt. Wenn Menschen leeren Stolz verkünden, die nicht auf Gottes Wort beruhen, dann zappelt man im Netz der Sünden, auch wenn man meint, es nicht zu tun. Wenn Menschen sagen, Gott zu kennen und halten die Gebote nicht, dann muss man schlicht sie Lügner nennen, denn ihnen fehlt der Wahrheit Licht. Und wenn sie gar voll Hochmut meinen, sie stünden stolz an Gottes Stadt, sie könnten Gutes kühn verneinen und könnten essen Schwein und Rat. Der Sabbat sei nicht mehr zu halten und Sonntag sei ein heiliger Tag. Man könnte leeren, was einst leiten, verderbte Menschen ohne Frag. Man bräuchte den Zehnten nicht zu geben und Weihnachten sei kein Problem. Man könnte nach eigenem Maßstab leben und ändern halt was Unbequem. Und wenn sie dann sich noch erdreisten, die zu verfolgen, die Gott treu, dann gleichen sie bald den verwaisten, verlorenen Stecknadeln im Heu. Will jemand andere verführen, durch falsche Lehre, Tradition, den Pfuhl der Sünden aufzuspüren, dann geht's dem Vater wie dem Sohn. Vereint müssen die Schuld sie tragen, mit mancher Träne, manchem Schmerz. Da hilft kein Schluchzen, hilft kein Klagen, denn Irreführung ist kein Scherz. Bist du verwirrt, suchst nach Verständnis, weißt nicht, wem noch zu trauen ist, erbitte dir von Gott Erkenntnis, der die Gerechten nicht vergisst. Dann fürcht dich nicht, mit frohem Herzen laut zu verkünden Gottes Tun. Vergessen sind des Zweifels Schmerzen, die in verfaulter Erde ruhen. Drum werde stark. Wie schnell vergangen sind Lüge, Hochmut, Trug und List. Nur der wird einst ans Ziel gelangen, dem Gott der Herr, der Führer ist. Sei unverzagt, verkündigen sollen, müssen wir es an jedem Ort. Tun wir es nicht, versündigen wir uns an Gott und seinem Wort. Verfolgt man dich, gib Gott die Ehre. Verstößt man dich, nimm's dankend an. Verwässere nur nicht die Lehre, mit der einst Gott dein Herz gewann. Verderblich ist mit dem zu wandern, der deinen Geist mit Argem füllt. Doch täuscht du nicht, Verlist, den anderen, damit Verborgenes er enthüllt. Denn nichts ist noch so fein gesponnen, es kommt einst doch ans Sonnenlicht. Bald ist Vergängliches zerronnen. Doch du stehst aufrecht im Gericht. Am Ende wird der Herr dir lohnen. Wenn auch der Menschenhass dich hetzt, du wirst bald über denen thronen, die auf das falsche Pferd gesetzt. Weich nicht zurück, wenn sie auch toben. Die goldene Krone wartet dein. Am Ende wird der Herr dich loben. Und ihr Geschrei wird stille sein. Und da gab es viel Geschrei damals. Ich weiß noch, ich war in einer Konferenz und habe dann meine Meinung kundgetan. Und dann wurde ich vor allem mehr oder weniger angegriffen und gesagt, sie weigern sich, die neuen Lehren anzuerkennen. Und ich bin dann nachher zu dem hingegangen, der der Wortführer war. Und da habe ich ihm gesagt, hören Sie mal. Ich bin damals aus dieser Welt herausgekommen. Ich habe mir damals anhand der Bibel bewiesen, was die Wahrheit ist. Zum Beispiel Weihnachten ist ein heidnisches Fest. Ostern ist ein heidnisches Fest. Der Sabbat ist der Tag, den wir halten sollen. Die heiligen Festtage sind die Tage, die wir halten sollen. Schweinefleisch zu essen ist verkehrt. Den Zehnten nicht zu zahlen ist verkehrt. Und vieles, vieles weitere mehr. Auch die Dreieinigkeitslehre, total verkehrt. Ich habe ihm gesagt, wenn Sie mir anhand der Bibel beweisen können, dass was ich damals geglaubt habe, was ich immer noch glaube, falsch ist. Okay. Dann werde ich es aus der Bibel heraus annehmen. Aber wenn Sie es nur deshalb sagen, weil jemand anderes es Ihnen vorsagt, dann werde ich es nicht annehmen. Und ich habe dann auch weiteres nichts mehr von dieser Person gehört. Denn sie konnten ja nun nicht mehr etwas anderes mir beweisen. Denn aus der Bibel heraus konnte man diese Beweise ja nicht führen. Darum ging es ja auch gar nicht. Man wollte ja kein Kult sein. Man wollte ja keine Sekte sein. Man wollte ja dazugehören. Darum ging es ja. Und man hat dann verzweifelt versucht, irgendwelche Bibelsteine heranzuziehen, wie das auch viele Protestanten heute tun, um das Unmögliche möglich machen zu wollen. Aber wenn man mit der Bibel ehrlich ist, dann ist das nicht möglich. Es geht nur darum, entweder man folgt dem, was die Bibel lehrt, oder man folgt dem nicht. Ich habe dann ein weiteres Gedicht geschrieben, am 1. Februar 1995. Ihr werdet sein wie Gott. Sie widerstehen den Geboten, die Gott, der Herr, dem Menschen gab. Doch gern gehorchen sie den Toten, die hilflos stumm in ihrem Grab. Was schaust du denn, Freund, mit Erstaunen? Sie sind ja fleischlich nur gesinnt. Sie hören die Dämonen raunen und folgen ihrem Ruf geschwind. Gott hat als Feinde die beschrieben, die dem Gesetz nicht untertan. Sie wollen, können es nicht lieben. Sie nehmen Gottes Geist nicht an. Doch was habt ihr euch zu erdreisten, von Satzungen Gesetz zu sprechen? Könnt ihr denn Heuchelei euch leisten und dabei Gottes Worte brechen? War es nicht Satan, der versuchte, einst Gott zu sein durch Rebellion, als er die Herrschermacht verfluchte und auffuhr zu dem Himmelsthron? Und war es nicht Satan, der im Garten den Menschen riet, sich zu befreien? Nicht nötig sei es, auf Gott zu warten, wie Gott sollten die Menschen sein? Und ist nicht Satan, der noch immer als Gott der Welt mit List verführt? Du weißt, je länger, desto schlimmer ist man von Wahrheit nichts mehr spürt. Und fragst du noch, wie es zu verstehen? Hat Satan nicht der einst gelehrt, du wirst wie Gott sein und wirst sehen, dass Gottes Wort dir Glück verwehrt? Bestimme du, was die Gesetze. Entscheide du, was gut und schlecht. Betrüge, lüge, stolz verletze. Denn du bist Gott. Tu, was dir recht. Einst wird der Mensch sich gar vermessen, in Gottes Haus zu stehen, mit Frevel. Er scheint von Größenwahn besessen. Wo ist die Angst vor Rauch und Schwevel? Ist diese Zeit von uns noch ferne? Steht sie bevor? Ist sie schon jetzt? Du, sei gerecht und sei es gerne. Verflucht, wer Gottes Wort verletzt und sich an Gottes Stelle setzt. Wenig später, ein weiteres Gedicht vom 15. Februar 1995. Ein Tier mit sieben Köpfen. Ein Tier mit sieben Köpfen stampft heulend, faukend durch die Nacht. Aus jedem Maule springen Dämonengeister, die laut singen. Bald ist das Teufelswerk vollbracht. Der erste Geist verkündet der Menschen dunkles Lebensziel. Nie werdet Gott ihr Gleichen, nie euer Potenzial erreichen, denn Gottes Worte sind nur Spiel. Der zweite Geist erläutert die wahre göttliche Natur, ein Gott in drei Personen, drei Wünsche, die im Herzen wohnen, denn Trug sind Gottes Worte nur. Der dritte lässt erklingen mit Kraft das große Freiheitslied. Der Menschensohn zerstörte Gesetzesjoch, das euch betörte. Frei, wer das Wort symbolisch sieht. Der vierte will erklären, dass christlich jetzt was heidnisch war. Ihr könnt den Sonntag halten, ihr könnt das Weihnachtsfest gestalten, das Wort ist Spiel, wird es euch klar. Das Tier hat sieben Köpfe. Drei Geister stehen auch aus, zu sprechen. Was werden sie euch lehren? Zu welcher Wahrheit euch bekehren? Kann man das Wort noch weiter brechen? Ein Tier mit sieben Köpfen, stampft heulend, fauchend durch die Nacht. Doch mancher liegt im Schlummer, erschöpft vom Tag und seinem Kummer, ist er vom Lärm noch nicht erwacht. Und viele, leider, sind weiter eingeschlafen und nicht aufgewacht. Sind dann mitgetrottet, wie die Schafe, die zum Schlechter geführt wurden. Es war für mich erstaunlich damals, wie viele so schnell diese neuen, in Anführungszeichen, Wahrheiten angenommen haben. Natürlich habe ich in Gesprächen mit Einzelnen versucht zu erklären, worum es eigentlich geht. Ich war damals noch kein ordinierter Prediger, von daher konnte ich nicht von der Kanzel sprechen, sozusagen. Aber ich habe es schon getan. Ich habe auch Memos am laufenden Band geschrieben, an diejenigen, die damals an der Macht waren. Aber natürlich war mir auch klar, dass die nicht angenommen werden würden. Mir war aber auch klar, dass man liebend gerne gesehen hätte, dass ich verschwunden wäre. Aber den Gefallen habe ich denen zunächst einmal nicht getan. Bis es dann soweit ging, dass ich persönlich hätte Dinge tun müssen, die ich nicht tun konnte. Dann habe ich allerdings meine Kündigung eingereicht. Das ist eine weitere Geschichte, die ich Ihnen irgendwann später mal erzählen werde, wie es dann weiter ging. Denn ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich heute zu Ihnen auf diese Weise sprechen könnte, wie das nun geschehen ist. Aber hier ist ein Gedicht vom 28. August 1995, die Reise ins Land der Wahrheit. Und da habe ich Folgendes formuliert. Ich kann es auch mehr oder weniger auswendig, aber um mit Heinz Erhardt zu sprechen, hört es sich immer besser an, wenn man sagt, ein Dichter liest von seinen Werken. Im Land der Wahrheit ist der Irrtum tot. Doch geht der Weg dorthin vorbei an Klüften. Von jeder uns, der Sturz zur Tiefe droht, und schrecklicher Gestank entsteigt den Krüften. Plötzlich sind wir von Dunkelheit umgeben. Durch einen Tunnel brausen wir dahin. Die schwarze Nacht lässt leise uns erbeben. Man fragt vielleicht, hat diese Reise Sinn? Der Weg zum Land der Wahrheit ist noch weit. Und vielen scheint die Fahrt zu schwer zu sein. Gilt dies für dich, mein Freund? Dann tut es mir leid. Dann reise ich zu meinem Ziel allein. Als Gott vor vielen Jahren den berief, durch den er seine Kirche restaurierte, da gab es manchen, der für sich erschuf, was Gott niemals als Wahrheit etablierte. Anstatt allein auf ihn, den Herrn, zu bauen, der uns durch fehlerhafte Menschen lehrte, begann man bald auf Fleisch und Blut zu trauen, sodass als Gott den Menschen man verehrte. Und als vor kaum zehn Jahren jener starb, vom Herrn zu uns als helfender Gesandt, da sahen wir, dass ein anderer erwarb, was er, so scheint es nun, nie voll verstand. Und weil ihm jene Weisheit Gottes fehlte, fand sich gar bald die Wahrheit umgedreht. Und was die Kirche Gottes einst beseelte, ist nun im Sturm der Nacht total verweht. Man will doch immer nur auf Menschen blicken, anstatt sich fest an Gott, den Herrn, zu halten. Und andere, die wollen zerrissenes Flicken, wo doch die rohen Kräfte sinnlos walten. Schauen wir auf Gott, erkennen wir vor Staunen, dass sein Gericht an seinem Hause tagt. Nicht sind wir Spielball unbestimmter Launen. Gott richtet den, der Stolz zu vieles wagt. Zehn Jahre sind bereits ins Land gezogen, und mancher meint, jetzt stünde er im Licht. Und hat Gott denn 60 Jahre lang gelogen? Das glaubt ihr doch am Ende selber nicht. Noch immer fährt mein Zug zum Land der Wahrheit, doch viele sind bereits schon ausgestiegen. Und manchmal, sie erschüttert ich mit Klarheit, Zerschmetterte in tiefen Schluchten liegen. Bevor ich Ihnen das letzte Gedicht heute zu Gehör bringe, habe natürlich noch viel mehr geschrieben, aber das geht mir hier lediglich um diejenigen Gedichte, die sich auf diese Episode beziehen, diesen Zeitpunkt des herankommenden Abfalls. Noch etwas zur Erklärung. Das wurde auch in diesem letzten Gedicht bereits angedeutet. Herr de Katsch übernahm die Führung, er wurde von Herrn Armstrong damals als sein Stellvertreter oder Nachfolger, möchte ich sagen, ernannt. Aber er tat es auf sehr unschöne Weise. Herr de Katsch meine ich jetzt. War nicht ehrlich. Und wir werden das gleich sehen. In diesem letzten Gedicht. Quasi eine Tagebucheintragung, könnte man sagen. Und als er dann eine Predigt gab in Big Sandy, Texas, an einem Sabbat, wo er dann zum ersten Mal davon sprach, dass man heute nicht mehr den Sabbat zu halten braucht, dass man heute nicht mehr den Zehnten zu zahlen braucht, dass man heute die Heiligen Festsage nicht mehr zu halten braucht, dass man heute ruhig unreines Fleisch essen kann und so weiter und so fort. Das waren aber die hauptsächlichen vier Aspekte. Dann ist er gestorben. Und zwar nach einer interessanten Zeitspanne ist er gestorben. Und zwar auch wieder an einem Sabbat. Und ich habe das nie als Zufall angesehen, sondern als Gottesurteil. Man hatte immer noch gehofft, dass er vielleicht den Irrsinn seiner Lehren erkennen würde. Und er hat auch immer Menschen, die es nahe bringen wollen, oder denen zumindest das so gesagt, die genauso unklar waren, wo denn das alles hinauslaufen würde. Ja, also das, wo die hinwollen. Und er sprach dann von seinem Sohn und einem anderen, quasi Adoptivsohn, könnte man meinen. Da gehe ich nicht hin, hatte er zum Beispiel jemandem erklärt. Und er sprach da von Weihnachten, von Ostern, vom Sonntag. Und er hat das doch getan. Und so habe ich dann dieses Gedicht geschrieben, am 5. September 1995. Meditation. Eine Reflexion über das, was so geschehen war, auch in meinem eigenen Leben. Und worauf das alles jetzt hinauslaufen würde. Es war ja keineswegs klar. Es war ja keine einfache Sache, jetzt diese Kirche zu verlassen. Aber es wurde dann deutlich, dass da keine Änderung mehr erfolgen würde. Und diese Kirche würde in der Tat in den Abgrund geschleudert werden, in dem sich es auch befindet. Die existiert ja gar nicht mehr unter diesem Namen. Die haben sogar den Namen abgeschafft, haben einen anderen Namen genommen. Dann war der Abfall da, total. Und dann wollte man natürlich nicht Teil dieses Abfalls sein. Aber wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass es einen Abfall noch geben wird. Einen Abfall von der Wahrheit. Das bezieht sich auf wahre Christen. Die werden abfallen von der Wahrheit. Sie müssen ein Verhältnis zu Gott haben, dass sie Irrtum von der Wahrheit unterscheiden können. Eine Bemerkung war hier auch, dass man auf Menschen geblickt hat. Und einige haben den Fehler gemacht, haben Herrn Armstrong quasi als Gott verehrt. Und einen tödlichen Fehler damit begangen. Natürlich war das so schon ein Fehler, Herrn Armstrong als Gott zu verehren, überhaupt einen Menschen als Gott zu verehren. Haben aber dann gesagt, ja, aber Herr Armstrong hat ja dann Herrn Tekatsch als Nachfolger eingesetzt, von daher müssen wir ihm ja dann folgen. Das war ja total verkehrt. Man musste ihm natürlich nicht folgen in ein Irrtum hinein. Und dann wurde er gesagt, ja, nun ist Herr Tekatsch der Nachfolger. Von daher müssen wir jetzt ihm folgen, egal was er lehrt. Da müssen sie aufpassen, dass sie nicht in den gleichen Fehler verfallen. Und so jetzt dieses Gedicht, Meditation. Und es geschah nach vielen Jahren, als ich begann, ein Blatt zu lesen, herausgebracht von einer Kirche, die anders war im ganzen Wesen. Und mit den Jahren wurde es mir klarer. Hier wurde Gottes Wort gelehrt. Die Bibel wurde ernst genommen. Hier wurde Gott als Herr verehrt. Und ich bewies mir ohne Zweifel, dass die Doktrinen akkurat und dass man die Gebote Gottes befolgen muss in Wort und Tat. Dies bracht Verdruss, Streit und Empörung. Von Eltern, Freunden ringsumher. Man wollte nichts von Wahrheit wissen. Man liebte Gottes Wort nicht sehr. Da war ich willens anzunehmen, was an Verfolgung sich mir bot. Denn Gottes Kirche war sich einig im Leben und sogar im Tod. Doch dann starb Herr Armstrong. Und ich fragte, geht es von jetzt an steil bergab. Zunächst schien Sorge unbegründet, nichts, was es zu beklagen gab. Viel später erst hört ich es erzählen, dass man von Anfang an betrug. Das hatte Katsch mit drei Versprechen Herrn Armstrong, alt und schwach, belog. Und dass nach vielen Jahren er erklärte, er hätte die Lehre nicht geglaubt, als ihn Herrn Armstrong auserwählte und ihm die Kirche anvertraut. Ob es wahr ist? Wer vermag es zu sagen? Denn kurz drauf hatte er es dementiert. Zuvor jedoch hatte er vielen die eigenen Zweifel demonstriert. Zehn vielleicht mehr. Die sagen alle, sie hätten es selbst von ihm gehört. War es nichts als ein Missverständnis? Wer ist's, der hier den Meinheit schwört? Dann kamen sie die Änderungen. Erst langsam, doch dann wie gehetzt. Und manchen gab's, der ohne Zaudern das Wort des Herrn mit Trotz verletzt. Und viele unbekehrte Menschen, die Satan einst zur Kirche brachte, die folgten schnell den falschen Lehren, bis das Gebäude mächtig krachte. Fernsehen, Bücher, Angestellte, selbst Mitglieder verschwanden bald. Und Gottes unverfälschte Wahrheit nur im Gedächtniswiderhalt. Und neue Gruppen sind entstanden. Es gilt sie objektiv zu sehen. Hat Gott ins Leben sie gerufen? Wenn ja, so werden wir es verstehen. Doch zwischenzeitlich gibt es Dinge, die auch nicht ohne Wirkung sind. Wenn jemand stirbt, stellt sich die Frage, ist man vor Hochmut taub und blind? Und kaum, dass er den Sabbat schändet, wird Krebs bei Herrn Tekatsch entdeckt. Und auch nach zwei Operationen scheint es, dass der Krebs noch in ihm steckt. Wird er genesen oder sterben? Wird er erkennen seine Schuld? Wir wissen es nicht. Und wir vertrauen auf Gottes Wirken mit Geduld. Die Freveleser unterdessen verfolgen die, die sich nicht beugen und die noch immer voller Stärke das Wort des Herrn mit Ernst bezeugen. Oder man naht mit süßen Worten und sagt uns voller Freundlichkeit, Gebet wird dir Verständnis bringen, gib dich nur auf und sei bereit. Man habe es auch erst nicht verstanden, doch als man sich an Gott gewandt, da fiel es wie Schuppen von den Augen, geöffnet wurde der Verstand. Doch wer war es, zu dem sie riefen? War es nicht der drei geeinte Gott, der oftmals die, die ihn nicht ehrten, gebunden führte zum Schafott? Wen wundert's dann, dass falsche Lehren die Zweifelnden schnell überzeugen, die jenem Gott der Welt entströmen, vor dem sie sich mit Ehrfurcht beugen? Denn wie die Gottheit, so die Lehren, verworren, ziellos, Sinn entraubt, ein großes Nichts, fern aller Formen, verführt, genarrt, wer daran glaubt. Warum nur ist's so weit gekommen? Zwar wurde es uns vorhergesagt, doch haben wir es ernst genommen? Ist es zu spät nun, dass man klagt? Wer Irrtum will, wird ihn erhalten. Die Lüge küsst den, der sie liebt. Wer Torheit sucht, der wird sie finden. Sie hält den fest, der sich ergibt. Was wird mir die Zukunft bringen? Was ist, was Gott von mir verlangt? Ich wäre kein Mensch. Würde ich nicht sagen, dass es mir vor der Zukunft bangt. Die Wellen wogen, Donner grollen und Stürme peitschen laut das Boot. Unheimliches vorübergeistert, die Jünger schreien in größter Not. Ich bin es, Kinder, hören sie rufen. Hab keine Furcht, Petrus, komm her. Und Petrus wandelt auf dem Wasser, sagt dies uns heute gar nichts mehr. Bedenkt, wie oft hat Gott geholfen und uns auf seinen Weg gelenkt. Wird er es uns nicht auch diesmal leiten, wenn nur die Zweifel man verdrängt? Lasst uns wie Petrus vorwärts schreiten und schreien auch wir in größter Not und scheinst, dass wir mit Petrus sinken, ergreift die Hand, die ihm sich bot. und damit war die Serie meiner Gedichte, die ich damals verfasst habe, zu einem Ende gekommen. Ich habe noch ein paar weitere dann verfasst, aber die möchte ich heute gar nicht mehr vortragen. Ich glaube, das wird genügen, um zu zeigen, dass man auch damals schon natürlich durch gewisse Höhen und Tiefen gegangen ist. Und das wird auch die Zukunft bringen. Es wird nicht einfach sein, man stellt sich das vielleicht jetzt so einfach vor, wenn es da zu diesem Abfall kommt, wenn auf einmal dann Freunde von uns diesen falschen Weg gehen und uns überzeugen wollen, zu uns kommen und sagen, ach ja, du widersetzt dich ja den neuen Gedanken, diese neuen Lehren, du musst dich aufgeben und du musst deinen Sinn, diese neuen Lehren gegenüber öffnen, wie das damals so gesagt wurde. Und viele sind darauf reingefallen. Viele haben falsche Prioritäten gesetzt. Man muss aufpassen. Wenn ich heute auch in anderen Organisationen von Änderungen höre, dann schaue ich mir ganz genau an, was da jetzt geändert wird. Und da muss man sich die Frage stellen, warum? Wenn heute Organisationen lehren, dass man, wenn Christus zurückkommt, dann doch in den dritten Himmel geht, um dort, sagen wir mal, das Hochzeitsmahl zu halten, dann stelle ich mir die Frage, ja, wieso wird diese Lehre jetzt verkündigt? Das hört sich doch alles so ein bisschen nach der dämonisch inspirierten heimlichen Entrückung an. Vielleicht nicht mehr so heimlich, aber nach wie vor eine Entrückung. Oder wenn zum Beispiel gesagt, dieser Abfall, von dem die Rede ist, ja, das bezieht sich gar nicht auf die wahre Kirche, das bezieht sich auf, sagen wir mal, die katholische Kirche, die größer wird. Es geht hier um einen Abfall von der Wahrheit. Warum wird so etwas gelehrt? Wird man da auf gewisse Dinge vorbereitet? Auf falsche Weise vorbereitet? Wenn einige jetzt zum Beispiel lehren, dass man bereits schon wiedergeboren ist in diesem Leben, das war die erste Lehre der damaligen World by Church of God, die geändert wurde, auf einmal war man jetzt schon bereits wiedergeboren, obwohl Christus klar und deutlich sagt, wer von neuem geboren ist, wer wiedergeboren ist, der ist Geist. Sie sind heute kein Geistwesen. Aber warum diese Änderungen? Aufpassen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder in eine falsche Situation hinein gelangen und dann blind und taub dem schlechter folgen, der uns zur Schlachtbank führt. Ich hoffe, ich habe Ihnen heute einen kleinen Einblick gegeben in dem, was damals geschah und achten wir darauf, dass uns dies heute nicht widerfährt. Ich kann Ihnen sagen, ich werde, solange wie ich existiere, solange wie Gott mir die Kraft gibt, zu tun, was ich tue, nicht von der Wahrheit abweichen. Sie werden von mir die Wahrheit hören, so gut wie ich sie verstehe. Und Sie brauchen sich da insoweit keine Gedanken zu machen, dass ich da jetzt irgendwelche falschen Lehren in die Kirche bringen würde. Aber letztendlich müssen Sie auch da aufpassen. Sie müssen auf Gott blicken. Sie sollen das, und ich habe das immer und immer gesagt, Sie sollen das, was ich Ihnen lehre anhand der Bibel nachprüfen, damit Sie sich selbst beweisen können, dass das, was gesagt wird, auch der Wahrheit entspricht. Nicht einfach das annehmen, was ich Ihnen sage, denn dann kann es leicht sein, wenn jemand anders kommt, der Ihnen da etwas anderes mitteilt, dass Sie dem dann folgen. Das hört sich vielleicht dann logischer an oder besser an oder, naja, ist vielleicht auch nicht so schwierig. Kann man ja ohne weiteres den Sabbat brechen, macht ja nichts. Ist ja heute in dieser aufgeklärten Zeit kein Problem mehr. Sind ja doch so alles alte Dinge. Oder, wenn Paulus davon spricht, dass ein bekehrter Christ nur eine bekehrte Christin heiraten soll. Ach ja, das sind ja nur Vorschläge, das sind ja nur Ideen, vielleicht gute Ideen, aber das muss man ja nicht so wörtlich nehmen. Ist das Ihre Auffassung? Wenn ja, dann stehen Sie nicht mit vollen Beinen auf dem Fundament, dem einzigen Fundament, das es gibt, Jesus Christus, der die Kirche gebaut hat, gegründet. Auf diesem Fundament sind wir auferbaut, auf den Aposteln, den Propheten, der Predigerschaft. Entscheidungen, die Sie sich vorlegen müssen, die Sie treffen müssen. Und ich hoffe, Ihnen heute noch einmal dieses deutlich gemacht zu haben. denn wie gesagt, Ihre Zukunft hängt davon ab, wie sehr Sie auf dem wahren Fundament stehen und verbleiben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihnen, Norbert Lenk, für eine Botschaft der Kirche des ewigen Gottes. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! ! Ich bedanke mich, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich bedanke mich, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!